Sully, melde dich! Gott sei Dank, Nate. Wo bist du? Unterwegs zu dir. Sie haben Elena. Wir müssen sie aufhalten. Hab selbst Probleme. Die Mistkerle halten mich vor der Kirche in Schaaf. Bin fast da. Ja, und damit dann herzlich willkommen zurück zu Uncharted Rakes Schicksal Remastered. Im Kapitel, schnell zur Hilfe, denke ich mal, ist jetzt hoffentlich klar. Ohne, Schatz. Welche Mistkerle? Ah, Sully. Hat sie Sully gesagt? Ja, hoffentlich meinen die nicht diese komischen Zombie-Viecher. Na, es war Sully. Okay, nice. Weil die... Die Viecher sollten ja eigentlich nur im Dunkeln sein. Ne, es ist Sully, warte. Ne, es ist Sully, warte. Da drüben sind sie! Ja, da drüben sind sie! Ja, da drüben sind sie! Ja, oh nee. Hallo, was macht ihr? Oh nein. Oh nein. Bewegt dich doch! Oh nein. Sehr schön. Sehr schön. Wo kann ich mich vor denen verstecken? Also wollte ich jetzt nur mal so fragen. Müsst ihr nämlich nicht beantworten. Das ist nicht so eine wichtige Frage, weißt du. Nicht so wichtig. Ey, jetzt mal im Ernst. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh verdammt. Hier. Er lebt immer noch. Hallo? Könnt ihr mir aufhören auf mich zu schießen? Sully ist auch noch da. Okay, er ist ja nicht tot. Oh toll. Habe ich überhaupt mal gesagt, dass ich ein Held bin? Ich hatte keine Munition mehr. Ich hatte keine Munition mehr. Jetzt suche ich erst mal nach Munition. Ja, die sollte ich mal mitnehmen. Seriously? Nein, erled mich bitte nicht. Junge könnt ihr immer aufhören damit BGF 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 Wahrscheinlich hat wenig keine Munition auf die Läder sposten wahrscheinlich Munition für die boh ok b WTF der ziel gemacht so ein quick shot einfach ich weiß dass es das nicht gibt naja du machst das jetzt hallo antwort antwort oh laser spasti denkst du ich treffe dich nicht kann man schon denken ich pika für jetzt mal die ganze zeit irgendwann schießt mich einer ab was ist nope denke nicht jetzt ah da da ist noch einer nach was nach dir hat niemand gefragt macht ja auch nicht okay okay so das war's okay also ich meine es jetzt nicht wie das war ja voll wenig nein nicht endlich ich und ich habe jetzt auch eine shotgun weil die echt gut ist gegen diese komischen zombie-viecher aber wo ist diese köche es ist ich stand direkt da ja ja zumindest ich habe mich da halt versteckt weil ich da sicher war von allen von diesen laser spasten sonst hätte ich mich nämlich die ganze zeit rollen müssen verdammt sie sind überall oder warte waren wir hier nicht schon mal ja hier ist noch mal einer nein 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 jetzt oh nein er kommt hier noch ein schuss und es sind noch zwei und steht auch noch weiter alter aber es ist nicht da hin okay ich glaube der spiel ist es scheiß egal ob ich den ab abknall oder nicht ja jetzt geht's los so diesmal darf ich nicht verkacken ich weiß nämlich nicht mal wie viele es sind ja das noch ein so hoffentlich waren das jetzt alle weil das war nämlich Maximum Schuss die man hat bis dann habe ich ja Oh Gott, ich hätte da hin getroffen. Da wollte ich gerade eigentlich hinflüchten. Warum sind das auf einmal so viele? So treffen die immer perfekt. Ach, halt auf die Fresse. Da ducken sich die ganze Zeit, welche auf die ich gerade schießen will. Und ja, dann sind da noch andere. Wow. Krasse Granate. Wo sind Sully? Okay, die Shotgun war gerade wirklich gut. Och ne. Fick dich. Hä? Was hat mich jetzt für einen Checkpoint? Ich bin einfach da, wo ich nicht mehr war. Das ist der Umstand der einzigste Leiter-Sporti zu sein. Oh shit. Aber er hat sein Helm verloren. Naja, nerven mich nicht. Das ist mir überhaupt zu. Jetzt hat er eine Shotgun. Ach, der lebt auch noch. Ja, so wollt ihr wissen, warum er nicht getroffen wurde. Ja. Ach so, und wollt ihr wissen, warum er nicht tot ist? Ja, zu beiden antworten. Kommt, Halli. Da müsste ein Geheimgang direkt unter dem Altar sein. Ja. Ich hab wohl nicht bald die Arbeit, aber jetzt hab ich immerhin wieder mehr Munition. Ich loote erstmal nach Munition. Okay. Okay. Kommt, Halli. Ich hast noch die Neue das nicht geregist. Ich möchte jetzt ein Geheimgang, aber nur... Ja. droplets Mulatt ver vess auf dir. und was hier ist doch der alter über ich denke ich dachte dass er die 6 glocken rätsel aber gar nicht zugehört ich hatte es öffnet sich dann darunter wollte 21 gold und knochen ich glaube dass das spielen wir auf jeden fall noch ich dachte dass er bei den gegner sieht aber eigentlich echt schön aus oh shit nein sie haben es gefunden und nein scheiß damit dass ich auf alles vorbereitet weg mit den waffen da rein keine dummheiten bitte oder sie wird sterben gut nun entschuldigen sie mich ich bin gleich wieder da wie großartig nein so etwas habe ich noch nie gesehen das ist nur eine hülle der wahre reichtum von eldorado liegt im inneren ohne nein jeder der der sagt einatmet jetzt schon die die er hat von anfang an geplant das ding hat eine ganze kolonie ausgelöscht du weißt nicht was du tust falsch ich bin der einzige auf dieser insel der überhaupt weiß was er tut Ihr seid einfach nur blind, alle. Ihr streitet euch um unbedeutende Schätze. Habt ihr eine Ahnung, was das wert ist? Beim richtigen Käufer? Remantelos! Oh nein, was zum Teufel ist, ne? Ah, ja, super. Verdammt, was sind das für Fehler? Das sind die Spannungser, sie waren nie weg. Oh Gott, wenn es die Insel verlässt... Du musst ihn stoppen. Ich gebe dir Dekon. Okay. Wenn wir ins Wasser gehen, sterben wir. Oh, wir müssen da lang. Äh, Sully. Danke für die Deckung. Also muss ich doch Sachen alleine machen. Alter, diese Dinger. Die sind schwer zu erwischt mit der Shotgun. Das ist kein Spaß. Ich habe gerade mal 16 Schuss. Ja, schön daneben schießen. Ja, natürlich. Ich habe den doch erschossen, Digga. Ach nee, weder alle hier. Nein! Fick dich! Ey, muss ich jetzt wirklich immer von da spielen? Was ist das? Ah, jetzt ist es tot. Geil. Cool gestorben, aber... Ey, du verarschst mich, da kommst du nicht hoch, Drake. Wirklich? Das ist echt traurig. Oh mein Gott! Ich habe keine Ahnung, ich habe Gott gesagt. Mega. Also, ich habe schon, was ich gesagt habe, ich weiß, aber ich habe es keinen Sinn gemacht. Also, Fick dich! Wirklich, Halido, schiebt dich? Sag es doch gleich. Ich meine Munition gespart. Alter. Oh mein Gott! 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 Okay, eigentlich war das gar nicht mal so schwer. Im letzten Tor war ich einfach nur scheiße dumm und habe daneben gesch... Äh, alles gut, Bruder. Ah. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Salud! Ah ja, komm. Nein. Nein. Nur noch der Spass bleibt übrig. Oh mein Gott. Oh nein. Oh ja, du lebst natürlich noch, du Arsch nur. Ach so eulige Scheiße. Showdown. Das ist das Finale, aber dann würde ich auch sagen, das war's. Mit dem Part. Und ich sehe gerade, da kommen noch mehr. Also, das sehen wir vielleicht im letzten Part von Uncharted.